hallo liebe zuschauer und willkommen zu einem neuen video es ist heute freitag und ja so freitagmittag und das hier ist der hauptdarsteller dieses videos ich werde nämlich jetzt die zeit stoppen ich habe nämlich noch genau eine stunde zeit dann muss ich das dinge wieder ausmachen denn ich habe nachher noch gleich radio für zwei stunden und so lange habe ich mir gedacht überbrühe ich die zeit wenn ich ein kleines video mal wieder mache und einfach mal ja über filme quatsch ja ich habe nämlich eine ihr erinnert euch daran ich hatte schon ein paar mal dass das gemacht dass ich mir online eine seite raussuche wo man random immer so einen film sehen kann und da habe ich jetzt eine neue seite gefunden die finde ich ziemlich gut auch was die einstellungsmöglichkeiten angeht das zeige ich euch gleich und die nutzen wir jetzt und dann spreche ich einfach eine stunde über filme oder das was noch von der stunde übrig bleibt ich starte das ding nämlich jetzt anderer knopf so und ich gucke dann immer wieder mal wieder drauf wie bald sind wir wie bald sind wir und dann hören wir rechtzeitig auf ja ich versuche knapp unter einer stunde zu bleiben oder vielleicht eine stunde voll zu machen und ende ja so die zeit läuft jetzt halt ja ich erzähle euch aber kurz noch was anderes nämlich von dem da hinten er spielt gerade mit seinem spieli ne er kaut gerade an irgendwas rum unser womi war jetzt für ja drei tage hier nur bei mir weil meine frau ist auf einer fortbildung das braucht sie hin und wieder mal für den beruf in dem sie tätig ist sie ist ja in der in der pflege tätig und da ja stellvertretende pflege dienst leitung ne und trotzdem lernst du nie aus man kann immer noch wieder neue bereiche dazu erlernen und sich da weiter bilden und bla und das macht sie halt ständig hin und wieder mal und jetzt ist sie gerade in bremen da gibt es da irgendwie so eine fortbildung und da ist jetzt und heute ist es zu ende dann fährt sie von da was ist das zwei drei stunden zwei drei stunden autofahrt und dann kommt sie hier und holt den heute abend ab den kleinen ja das hat eigentlich ganz gut geklappt er hat mich nachts gut schlafen lassen hat mich nicht wach gemacht dass ich jetzt irgendwie in der finsternis da irgendwie mich anziehen muss und mit dem raus bewiesen weil er muss nur abends kurz vorm schlafen gehen mal kurz mit ihm raus das war dann auch dunkel macht ja nichts und morgens auch noch mal was war fertig und dann halt die standardrunden die wir halt gehen heute gehen wir dann wieder um so 17 uhr die nächste runde und ich war jetzt gerade vor eine dreiviertel stunde mit ihm draußen jetzt haben wir beide gegessen jetzt spielt er immer nach dem essen fällt er in den spielmodus hat sehr gut geklappt hätte ich nicht gedacht ich habe gedacht das gibt hier mehr stress dass er mir hier in die wohnung macht war alles so ungewohnt ist so lange hier zu sein und alles gut auch vor unten war manchmal ein bisschen wuselig aber ja es ist ja noch jung so jetzt genug jetzt habe ich hier zwei minuten zeit verschwendet jetzt fangen wir an mit dem ding ich zeige euch das jetzt mal zack und das ist die seite hier die heißt movie the movie ranking database ich habe noch gar keinen bookmark gesetzt das mache ich mal eben schnell weil wenn ihr lust habt mache ich das gerne mehr hier kann man genres auswählen das sieht dann so aus kannst du dich durchscrollen ja und dann kannst du halt einige anhaken ich habe jetzt hier die horror die die genre angemacht die ich halt sammle weil da kann ich dann auch was zu sagen ne horror action fantasy mystery science fiction thriller und adventure also abenteuerkram ne subgenres habe ich auch ein paar rausgesucht für euch hier action adventure action komödie alien invasion horror thriller monster und kreaturen science fiction horror science fiction thriller slasher und schock schräg schräg gore und sword and sandal so ein bisschen im fantasy bereich subgenre mäßig ja die dekade habe ich aus die dekaden zeitmäßig habe ich ausgewählt von den siebzigern bis 2009 weil da endet für mich der brauchbare film es gibt zwar noch nach 2009 2 3 ja übertrieben ja es gibt natürlich mehr aber es gibt da schon noch gute filme aber ich bevorzuge alles vor 2010 ist so hat sich jetzt wirklich in den letzten monaten gezeigt gerade wo ich jetzt diese ganzen retro feedbacks gemacht habe habe ich das mehr als deutlich gemerkt ja und gerade da kann ich auch noch am rande was erzählen da kommt jetzt ein film der heißt monster summer glaube ich hieß der der ist mir da ist mir ein bild von auf die chronik gespült worden auf facebook von mail gibson selbst der ich folgte ihm halt auf facebook ja coming soon und dann so ein poster was das denn was da stand kein schriftzug bei und habe ich das habe ich halt kurz in seiner filmografie geschaut was gibt es denn da für neue film die die jetzt am kommen sind und habt ihr auf diese weise den film gefunden mit trailer angeschaut kannst vergessen das ding ja also tut mir leid tut mir leid weil gerade wenn du jetzt halt in den letzten wochen wie ich in meinem fall retrofilme geschaut hast aus den 80ern ja dann siehst du wie sehr dieses gekünstelte dieser film ist im stil der 80er nicht funktioniert dann sieht man mal dass diese filme die sein wollen wie filme aus den 80ern überhaupt nicht sind wie filme aus den 80ern wirklich macht das mal guckt mal ein zwei wochen nur film aus den 80ern die richtig toll findet entschuldigung und dann guckt stranger things dann seht ihr was ich meine okay so also jetzt worum dreht sich das eine kleine gruppe von sehr diversen kids also da ist ein schwarzer dabei der chineser dabei das starke mädchen dabei und der schönling und also oder schönling nicht aber der der kleine sympathische normale schuhjunge so ne und weiß ich nicht irgendwie in dem see wird irgendwie einer von denen geschnappt kommt dann wieder zurück und ist dann körperfresser mäßig irgendwie verändert also vom wesen her anders als vorher da ist wohl irgendein monster dass man den ganzen trailer über nicht noch nicht mal noch nicht mal angeteasert bekommt das einzige was man übersinnlich ist zu sehen bekommt ist irgendwie so ein helles leuchten wie bei cocoon da hat man sich also schon mal wunderbar bei cocoon bedient ja also offenbar leuchtet dieses monster ist einfach nur großes leuchtendes licht oder was keine ahnung ja und da war die da weil die kinder sich nicht zu helfen wissen fragen sie halt den kauzigen alten mann der in dem ort wohnt das ist ein ehemaliger pensionierter ermittler oder polizist das ist halt mel gibson und du siehst schon im trailer wie er stirbt das ist auch das problem der aktuellen trailer du siehst schon im trailer eine szene wie er da im dunkeln aus dem raum rauskommt dem haupterstall jungen irgendwas sagen will und dann boom wird er da hinten in die dunkelheit gerissen du weißt also das überlebt er nicht hundertprozentig was immer da monströses ist da schnappt es ihn und wird auch ihn verwandeln oder es ist dann so doof und 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 mega kitschig happy end mäßig gelöst dass das kleine mädchen vermutlich oder das schwarze junge das böse aufhält und dann sind auch alle wieder normal die vorher von dem bösen berührt wurden ja keine ahnung also es ist irgendwie ein bisschen gunies es ist ein bisschen sand lords kids es ist ein bisschen cocoon es ist ein bisschen es von steven king aber es ist nichts neues es ist nichts eigenständiges nur zusammen geklaut aus diversen motiven ob man versucht mit dem holzhammer obendrauf da jetzt da diese stranger things 80er atmosphäre wir fahren alle auf bmx mit den fahrrädern rein zu prügeln wer will das noch sehen wir wollen nicht an bessere zeiten erändert werden wir wollen dass die aktuellen zeiten geil sind ich möchte irgendwann in 20 jahren sagen können ja die filme so ab 2024 wurde es ja wieder gut das ist eine ganz eigene ära von film gewesen einem ganz eigenen feeling das mag ich total gerne jetzt sehen jetzt 20 jahre später wenn ich daran zurückdrehen diese zeit was da an geilen filmen kam ja es waren andere filme als den 70ern 80ern leute die filme guckt ihr euch filme aus den 70ern woche lang an und danach eine woche lang filme aus den 80ern bildet auch da ein von der atmosphäre und der stimmung der filme her einen unterschied merken auch handwerklich von der machart er genauso wiederum der kontrast zwischen 80ern und 90ern filme wo er mehr in den 90ern vor allem in den späten 90ern war dann die high speed action am start durch firme wie speed und co das war dann so das ding ja lauter schneller mehr aber noch immer vor den zeiten des computer an der jedenfalls ja es ging dann ja schon mit den ersten bond film auch schon los mit mit cgi da drin und so aber naja ihr wisst was ich meine ja man merkt halt einen unterschied so und das möchten wir jetzt wir wollen jetzt unsere neue ära die auch dann memorabel in zukunft ist und nicht immer erinnert werden an bessere zeiten und es gelingt einfach nicht weil es wieder schlecht geklaut ist das verstehe ich nicht und es ist schade dass sich mehr gibson für so eine rolle hergibt hätte ich nicht ja er wird ja verheizt er wird ein bisschen da sein paar sprüche bringen denen so ein bisschen helfen in irgendeinem bereich dafür ist er wohl da weil irgendein kind das nicht kann ich weiß nicht er musste wahrscheinlich irgendwas machen was kinder halt nicht können ich weiß es nicht und dann wird er sterben und fertig was für ein kack jetzt mal ohne mist so und jetzt fangen wir hier mal an zu randomizen habe ich noch gar nicht gemacht ich weiß gar nicht wie das aussieht was jetzt kommt ich habe hier noch nicht draufgeklickt ich habe nur ausgewählt und dann jetzt die kamera angeschmissen so los geht's randomize masters of the universe ja das ist gut also das gefällt mir ganz gut von der mache wo könnte ich als nächstes drauf neue filter kann man noch mal randomizen ja okay masters of the universe mit dolf lundgren ist sehr cheesy aber in meiner erinnerung ein großartiger film also nicht nur in meiner erinnerung ich habe ihn ja auch von der weile erst rewatcht und der funktioniert noch gut ich finde ich mag den film aber er ist halt mit erwachsenen augen sag ich jetzt mal gesehen schon sehr cheesy ja aber wovon sprechen wir hier wir sprechen hier von der realverfilmung einer spielzeugfiguren serie um die sich lange zeit bei uns jedenfalls bei uns zu hause oder bei meinem freundeskreis in der schulzeit das der mythos rankte diese figuren waren eigentlich als conan-figuren geplant und ich als großer konan-fan boah boah habe ich natürlich gleich geglaubt ja fake news stimmt überhaupt nicht hat überhaupt nichts mit conan zu tun ja so war man ja und dann haben sie die lizenz verloren und dann musste es irgendwie selbst benennen und haben sich dann so schnell eine eigene sache eine eigene geschichte rausgeknödelt nein haben sie nicht da steckt sogar ein ziemlich komplexes lore universum hinter auf das man heutzutage natürlich durch die zeit der woken ist auch scheißt guckt euch diese scheiße an da he-man stirbt in episode 1 und sheila ist dann plötzlich die große mega heldin oder wie heißt sie da ja oder war das täler ich weiß es nicht mehr genau ist doch scheiß egal ja ich habe nicht angeguckt den kack ich habe ich habe die ganzen videos dazu gesehen das kannst du dir halt einfach überhaupt nicht ausdenken ja aber naja das ist man so es geht jetzt hier aber um den realfilm und ja das einzige was ich an dem film tatsächlich damals schon nicht so wirklich mochte war naja du hast mit jemanden figuren als kind gespielt also habe ich jedenfalls ich habe fast alle gehabt ich habe nur skelettors mount also dieses schloss von dem habe ich nicht gehabt da hier castle greyskull hatte ich sagen wir mal der mit zu weihnachten mal geschenkt das andere aber habe ich nie nie bekommen das wollte ich aber immer haben weil da ist eine schlange also als kind jedenfalls jetzt nicht mehr aber da ist eine schlange bei da kannst du wie in so einem wie in so einem muppet die hand reinsteckt und dann so aber da kannst du die figuren so schnappen riesen monsterschlange boah das fand ich cool das wollte ich unbedingt haben habe ich aber nie geschafft mir das zu kaufen oder zusammen zu sparen weil ich immer zu gierig war auf üps hefte was ist was bücher und was man damals halt so gesammelt hat oder andere monsterfiguren die dir so im laden begegnen oh cool dass wir ich haben ich habe es nicht geschafft ich war damals als kind schon scheiße im umgang mit geld ja naja okay was soll's so aber sonst die figuren habe ich habe ich überwiegend fast alle gehabt bis auf die wenigen wo ich wirklich es gab so einen blauen he-man fast gar nicht wie der hieß kommt mir jetzt nicht mit namen ist jetzt auch egal das war einfach he-man die 1 zu 1 die figuren nur anders angemahnt fand ich danach damals brauche ich nicht oder dieser dieser skele dieser andere skele tor wurde irgendwie ein zwei teile mehr bei sind ansonsten ist es exakt die gleiche figur habe ich mir auch nicht geholt wo ich was ich mir geholt habe das war diese glow in the dark skele tor den fand ich dann doch wieder ganz cool weil der auch anders aussah komplett vom vom der sei aus dem skelett richtig aber auch muskulös aber so drauf gemalt ihr wisst was ich meine den habe ich mir dann doch geholt der hatte auch nicht die kapuze auf das war einfach nur ein toten schädel oben das fand ich schon anders genug dass ich mir das dann doch geholt habe das ganze schwarf ich ihn wieder völlig ab auf jeden fall habe ich halt damals den film im kino mit meinem vater gesehen ich habe da darauf hingefiebert mein vater hat mir auch erzählt dolf lundgren spielt den und oh wie geil und ich war ja damals schon ein dolf lundgren fan schon so ein bisschen durch die filme die es dann mit ihm bis dahin gab äh und ja das einzige was mich dann wirklich enttäuscht hat das war erst mal nervte mich immer schon dieser dieser ich weiß nicht wie heißt denn überhaupt dieser komisch so dämliche zwerg da ja dieser dieser fand ich immer schon irgendwie ein bisschen nervig noch schlimmer fand ich aber dass sie es in die in die reale welt verlegt haben als wenn du mit himmelfiguren gespielt hast und warst das hat ja nicht auf der erde gespielt hat ja auf eternia gespielt in dieser auf einer anderen welt das habe ich auch gehofft kriege ich da jetzt zu sehen ja ich als großer fan von anderen welten wie zum beispiel halt conan oder in star wars universum kriegt dann plötzlich ja ich weiß gar nicht die die ganz normale großstadt aus den 80ern zu oder was war das war das schon 90er was ist gar nicht egal zu sehen toll ja ganz kurz laufen sie da so ein bisschen durch die wüste oder was ist das eine steppe oder was am anfang und dann durchs portal in unsere welt naja ok trotzdem hat spaß gemacht den film zu gucken ich mag den auch heute noch ja wenn der abspann läuft dann macht der film besser aus die szene nach dem abspann braucht man nicht ich bin wieder da oh gott das ist so peinlich diese szene aber naja gut warum kann man sowas nicht konsequent beenden und gut aber naja man hat damals wahrscheinlich gehofft aber das erfolgreich genug ist kommen wir vielleicht noch mal eine fortsetzung raus prügeln hofft man ja bei jedem fucking film so nächster death proof ja jetzt gehen wir komplett in die andere richtung das ist ein film den ich überhaupt nicht mag und sogar aus meiner sammlung genommen habe weil was in diesem film passiert finde ich dermaßen inhaltlich behindert das tut mir leid da bin ich raus ja also erstmal bevor es hier mit dem hate losgeht ja die rolle die kurt russell hier spielt gefällt mir sehr gut dieser stoische schweigsame mysteriöse zernabte stuntman stuntman mike ja ist ein sehr cooler charakter auf dem man viel aufbauen hätte können denn naja seine masche ist halt irgendeine olle abzuschleppen und jetzt zu sagen hör mal ich bin stuntman oh cool ein heißer stuntman ne und dann lockt er sie halt in sein auto fährt mit ihr los zu sich zum schnackseln ne ja nee das ist halt wirklich ein stunt auto ohne beifahrersitz und mit überrollkäfig aber nicht auf ihrer seite und dann macht er halt einen tödlichen stunt und auf diese das ist das ist seine art seine opfer zu töten er ist nämlich ein serienkiller die alte stirbt dann bei dem unfall bei dem stunt und er wird nur schwer verletzt weil er diesen überrollkäfig in dem auto verbaut hat ja aber sie halt nicht oder oder jedenfalls ist sie nicht gesichert und deswegen bricht sie sich dann halt beim stunt alle knochen oder was ja er überlebt aber und kommt dann erstmal für ein paar wochen ins krankenhaus das heißt er nimmt jedes mal wenn er einen opfer tötet nimmt er in kauf dass er sich dabei fast alle knochen bricht und prellungen und schürfungen und was weiß was alles wahrscheinlich auch schnittwunden platzwunden und so hat kommt ins krankenhaus geht durch die rea durch mehrere wochen und wenn er wieder rauskommt ja so ist er sich ein nächstes opfer das ist sein lebensinhalt das ist der charakter den man hier aufbaut was hätte man daraus machen können was macht man daraus ja da kommt halt eine gruppe bitches die sind ja alle so tough und so hart ja das ist aber die falschen ausgesucht die töten ihn nachher indem sie ihn mit stöckelschuhen so lange treten bis er stirbt und kurt russell ich wollte es doch nicht ich habe es doch gar nicht so gemeint ich wollte euch doch nicht wehtun oh bitte lass mich in ruhe er wird auch angeschossen vorher stuntman mike der in kauf nimmt mehrere wochen ins krankenhaus zu gehen bei einem unfall um sein opfer zu töten aua 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 kannst du ja nicht ausdenken so wie kann man einen charakter in der zweiten helft des filmes dermaßen gegen die wand scheißen damit habe ich den film rausgenommen das war so ein behindertes ende ja warum hat keiner in der zeit schon keiner mehr die eier gehabt filme zu machen und den die bad ass scheiß schurken auch mal gewinnen ohne scheiß das war jetzt wirklich einer von den slashern in anführungszeichen hier wird ja nicht mit messer geschlitzt ne aber trotzdem kann man den ja schon ungefähr als slasher einkategorisieren in dem die schurken halt siegen weil die auch die ganzen weiber da die gegen gegen die er nachher da antritt sind komplett unsympathisch da ist keine sympathieträgerin für mich dabei wisst ihr was ich meine das war nee nein und selbst wenn das jetzt so ist dass der jetzt so unbesiegt der muss das gerechtigkeit geübt werden ist ja in ordnung ja ja dann macht es doch plausibel und glaubhaft aber nicht so eine scheiße da sind so ein kindergarten da also das weiß ich nicht und alle so oh tarantino oh meisterwerk ja hier oben alter hier oben da bin ich raus bei dem ding okay weiter so äh achso ich muss ja hier drücken äh ja da bleiben bleiben wir bei tarantino und rodriguez ja äh tarantino sollte rodriguez heiraten weil nur dann funktionieren seine werke auch wenn denen er mit wirkt ja aber ja vom dus till dawn ist tatsächlich einer der besten filme die ich jemals gesehen habe weil es auch eine erfahrung war diesen film zu sehen so was passiert dir heute nicht mehr es passiert ja ja okay im negativen ja im negativen passiert das schon noch ja dass du halt im film guckst und dann hinterher herauskommen sagst ja das war eine erfahrung sowas schreckliches habe ich noch nicht gesehen ja sowas dermaßen abgrundtief mieses habe ich noch nicht gesehen das war jetzt echt eine erfahrung jo das das passiert heutzutage schon vielleicht mal ja aber das hier nee so nicht so eine erfahrung wie zum beispiel auch starship troopers wenn du den zum ersten mal siehst und du gehst wirklich blind in den film rein ohne was vorher davon zu wissen oder halt sowas wie das till dawn wo am ende halt eben dieser erstmal ist das halt auch ein gangster road movie vorgepackt mit so richtig coolness und allem ja wieder diese beiden brüder die gecko brüder auf auf ja die wollen ja eigentlich nur über die grenze und dabei kennen sie keine kompromisse wer sich in den weg stellt wird abgeschlachtet naja und talentino spielt halt den psycho bruder der auch gerne mal unschuldig einfach niedermetzelt ich muss schon wieder warte tschuldigung so und ähm äh josh cluny spielt den besonneneren besonneneren im grunde genommen den anti helden des filmes und dann nehmen sie halt eine die familie eines priesters als als geiseln und mit dem van unbemerkt über die grenze zu kommen weil es unscheinbar einfach da bei einem priester und seinen kids mit zu fahren hinten da werden die vielleicht nicht so dringend durchsucht oder was ich nicht ja das ist für die die perfekte tarnung deswegen wollen sie das vorher wenn sie äh äh also ne nicht vorher nachher was kriege ich denn da nachher nachdem sie über die grenze rüber sind wollen sie dann aber feiern mit ein in einem riesen wie sag ich das jetzt freundlich strip club ja in einem freizügigen etablissement namens titty twister ja und da fliegt dann die scheiße durch den ventilator ja das ist nämlich in wahrheit einfach nur eine falle für trucker und biker und der laden wird geführt von vampiren und als dann der als dann dusk ist also als dann abend wird und die sonne versinkt werden die vampire wach und dann stecken die alle in der scheiße da haben sie sich bei den gecko brüdern aber die falschen ausgesucht und dann wird da halt gerockt und dann kommt dieses großartige finale das ich glaube ich weiß ich nicht gibt es das in einer vollkommen ungekürzten fassung ich habe da mittlerweile auf vhs damals schon eine englische gesehen eine niederländische dann halt die offizielle natürlich im vergleich und überall waren wieder andere szenen drin gibt es da eine complete edition ich weiß das gar nicht ich kenne mich da nicht mehr ich habe die normale blu-ray ja leg dich mal hin digga ja ist auf jeden fall ein stylischer und cooler film und das war damals halt was ganz neues vor allem halt dieser twist und da wird das plötzlich so eine richtige splatterorgie voll mit practical monster effekten das war einfach großartig einfach und diesen Effekt diesen wow-Effekt sag ich jetzt mal dazu stumpf hast du heute nicht mehr zumal auch heute alles zugeschissen ist mit CGI das hattest du hier ja ich weiß nicht diese Fledermaus-Schwärme die da rumfliegen sind glaube ich CGI weiß ich nicht meine Güte ja kannst du halt nicht anders machen okay okay ja aber der Rest ist halt und dann gibt es den einen oder anderen Face-Morphing-Effekt wenn die Vampire wenn die Pandemonium-Tussi da plötzlich da zum Schlangenmenschen wird ja weil sie da äh und bevor er dann den was ist das Kronleuchter von der Decke ballert und ihn sie damit dann aufspießt ja da verwandelt sie sich ja immer das ist glaube ich auch computeranimiert ganz kurz so mit kleinen so ganz kleine Sachen sind da auch drin ja aber es ist halt so nuanciert und unauffällig gesetzt dass es dir nicht auf den Sack geht ja ich meine ich habe kein Problem mit aktuellen Effekten mit CGI-Effekten wenn sie ordentlich halbwegs ordentlich gemacht sind ich bin auch großer Trash-Fan ich habe auch kein Problem mit Trashing-CGI-Effekten weil ja Trash ist halt Trash ich möchte aber keine Trashing-Effekte in einem Blockbuster wo ich mit der Erwartung rangehe ich kriege jetzt hier ein Multimillionen-Projekt zu sehen wo auch wirklich richtig Arbeit drin steckt und dann siehst du da plötzlich da äh WTF was ist denn das für ein Effekt gewesen jetzt ja das ist dann einfach ja naja gut ist ein anderes Thema nächster Film 47 Ronin ja das ist ein Film den ich eigentlich mag ich mag auch den Look des Films und das ist halt Keanu Reeves aber ich habe den jetzt mittlerweile drei oder vier Mal gesehen und dann irgendwie so ein halbes Jahr später hast du den Film eigentlich bis auf das Ende vergessen ist halt die Geschichte der 47 Ronin die gibt es ja irgendwie wohl tatsächlich ich weiß nicht ob das Literatur oder historisch belegt ist weiß ich nicht aber die verlieren halt ihren ihren Shogun also ihren Vorgesetzten praktisch ja und wollen diesen dann rächen äh der Ehrenkodex gebietet ihnen aber halt auch wenn diese Rache vollzogen ist dann müssen sie selbst in den Freitod gehen denn sonst bleiben sie Ronin und sind geächtet und statt geächtet zu leben das ist halt so ein Ehrending in Asien da machen sie über dieses dieses Harakiri Zeugs da und das passiert nachher am Ende das ist ein großer Showdown die machen die nehmen dann Rache und dann setzen sie sich alle hin und töten sich selbst äh toll naja was ich halt total lächerlich an dem Film finde ist er hier da hier dieser ganz Körper tätowierte das war ja damals noch das muss man sich auch mal überlegen ich weiß nicht von wann ist der Film Moment muss man sich mal überlegen eigentlich ist das eigentlich ist das kurios wenn man drüber nachdenkt ähm gibt's dazu eigentlich eine andere Verfilmung noch tatsächlich Blade of the 47 die 47 Samurai von 1941 das ist das ein Kurosawa oder was hab ich noch nie gesehen 2013 also noch vor sagen wir ruhig ja schenken wir das eine Jahr vor 10 Jahren da war das noch was spezielles wenn man ein Typ war der im ganzen Körper tätowiert ist ja heute ist Tic Tac und äh Tic Tac Tic Tac und Instagram damit voll geschissen mit solchen Masken und die haben ja noch mehr die haben dann ja noch irgendwelchen Glitzerkram dran und irgendwelche Metallteile gucken aus allen Richtungen raus und die Ohren sind halb ab und die Zunge ist in zwei Hälften gespalten und alles nur noch geistesgestörte ich hab mir die Augäpfel tätowieren lassen guck mal meine blauen Augen an ja warum bist du nicht mehr in der geschlossenen wie bist du wie hast wie ist es dir gelungen zu fliehen ja ja tut mir leid aber naja so und der macht da halt mit ist ganz groß auf dem Cover ey der taucht eine Szene lang auf steht da irgendwie auf so einem was ich glaube ich Piratenschiff oder was und guckt düster Ende der Rolle aber ganz groß aufs Cover mit dem Typen ja um dem seine Fanbase abzuholen oder was also ohne Scheiß ihr aber naja gut kommen wir zum nächsten Film also das hier ist halt Guilty Pleasure Popcorn Scheiße ja es gibt auch eine Fortsetzung davor und da spielt dann eine Frau die Hauptrolle nein 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 nächster Film ja Indiana Jones der letzte Kreuzzug mit Sean Connery als Papa von Indiana Jones ja großartiger Film wunderbarer Abschluss für die Trilogie alles andere ist am besten einfach gar nicht passiert ich persönlich habe jetzt kein großes Problem mit dem Crystal Sky mit dem Kristallschädelfilm ähm kein großes ich habe aber Probleme mit dem Film zum Beispiel Shia LaBeouf geht gar nicht ja vor allem da ist eine Verfolgungsjagd auf Autos und Shia LaBeouf holt die ein indem er von Liane zu Liane schwingt ja da bin ich dann auch mal raus okay aber jetzt so Sachen wie die CGI Ameisen und ähnliches ja komm es stört mich nicht tut mir leid vor allem die ganzen Leute beschweren sich wie Sau äh ein Abenteuerfilm mit CGI äh äh und die gleichen Leute sagen dann oh die Mumie geil oh das ist einer der besten Filme aller Zeiten die Mumie ja da machen dieses Garabeuskäfer in Horden mit und stellt euch mal was vor die sind nicht echt nein die sind auch CGI genau wie diese blöden roten Ameisen da über die ihr euch alle so aufpisst na da wird auch mit einem Auto von oder mit einem Flugzeug glaube ich oder einem Fesselballon ich weiß es gar nicht mehr ich habe die ewig nicht gesehen diese Mumienfilme muss ich noch rewatchen auf Blu-Ray ich habe die noch nie in Blu-Ray Qualität gesehen äh vor einem Sandsturm der sogar lebt das ist auch Blödsinn aber naja und der ist auch CGI ja und das ist auch unsinnig aber hier regt man sich ja halt über diese Autoverfolgung die Lianen-Schwinger-Szene auf die ist ja auch total übertrieben stimmt ja aber naja ich weiß nicht ich finde den nicht so schlimm den und ich habe jetzt auch gelernt durch Batman es ist auch so ein Ding Indiana Jones überlebt einer Atombombe in einem Kühlschrank das ist Blödsinn ja richtig das ist Blödsinn oh Batman fliegt 20 Kilometer aufs Meer raus mit seiner Atombombe und rettet damit die ganze Stadt die Stadt die den Blitz sieht und von der Druckwelle erfasst wird ja aber das macht ja bestimmt nichts wenn das bei Batman keine Nachwirkung hat dann hat die Bombe bei den Jelen-Jones am Anfang beim Kristallstil auch keine Nachwirkung behaupte ich einfach so und wenn ihr jetzt mit dem Argument kommen wollt ja die ist ja über Wasser explodiert ja achso also eine Atombombe die über Wasser explodiert die hat dann auch die Strahlung mehr also diese Atomtests die sie gemacht haben wo die Bombe im Wasser explodiert die Strahlung ist dann plötzlich von den Fischen aufgegessen worden da sind ja auch unten am Boden keine Korallenriffs oder ähnliches die Bombe hat ja nicht mehrere tausende von Tonnen Hitze die das Wasser verdampfen was sich dann in Wolken verwandelt und in radioaktiven Niederschlag auf die Erde zurückfällt die Wolken werden natürlich brav auf hoher See bleiben ganz bestimmt die ziehen nicht es gibt nicht sowas wie Wind nein die Leute reden sich jede Scheiße schön ohne Quatsch ja aber ja jetzt kommen wir hier zu Last Crusade das ist so ein Ding das ist so ein Film oder so ein Film das hat mit dem Film selbst nichts zu tun aber es gibt immer so Punkte da ärgere ich mich immer ein bisschen drüber weil ich nicht mehr weiß kennt ihr das schreibt mir das mal in die Kommentare würde mich jetzt wirklich ernsthaft mal interessieren auch hier falls du das hier siehst Sachi zum Beispiel ja kennst du das dass du nicht mehr weißt hast du den Film nur auf Videokassette zum ersten Mal gesehen oder warst du im Kino ich kann mich nicht mehr an jeden Kinobesuch erinnern ich rede manchmal mit meinem Vater am Telefon über Filme oder so und mein Vater sagt dann so ja da waren wir ja damals im Kino was den habe ich den habe ich im Kino gesehen erinnert mich gar nicht dran und genau so umgekehrt ich weiß noch genau ich habe Matrix im Kino gesehen alle drei Teile mit meinem Vater als ich ihm das noch nicht erzählt der Mann der auch hä da waren wir noch nicht im Kino haben wir da ausgeliehen nee wir waren beide im Kino haben wir uns noch so geärgert beim zweiten Teil dass dieser Cliffhanger kommt das müssen wir erstmal warten bis er in diesem Teil rauskommt weiß ich noch ne ja echt ja also ihm geht das genauso wie mir und ich weiß nicht mehr ob ich den Indiana Jones im Kino gesehen habe das war eine große Sache die anderen beiden Filme habe ich damals als er neu war geliebt mein Papa auch und dann kam er ja im Kino und normalerweise müssten mit reingegangen sein klar normalerweise ich würde sagen ja aber ich weiß es nicht ich kann es nicht mit genauerheit sagen du knabberst aber da nur an meiner Handel rum nicht an den Kabel passt bloß auf ich meine das ja nur gut weil wenn er das Kabel durchbeißt da fließt es schon durch dann macht das paff und dann habe ich hier Hotdog am Boden liegen so also ja das ist halt die Suche nach dem heiligen Gral und ich kann an dem Film eigentlich nichts kritisieren um ehrlich zu sein ich finde da jetzt kein ich fand ich habe da kein Element im Kopf wo ich jetzt sagen würde oh ja die Sache Alter nö eigentlich nicht ich fand es sogar gut dass Indie selbst am Ende fast der Versuchung des Graals erliegt ja der fällt ja in diese Erdspalte ist aber noch vielleicht greifbar und er riskiert ja fast sein Leben da nur um diesen blöden Graal zu retten was ja keinen Sinn ergibt weil der Preis der Unsterblichkeit ist ja dass du da in dieser scheiße Höhle bleiben musst wer will das naja naja und dann hat uns damals halt natürlich dieser Spezialeffekt begeistert wie der Typ da in Sekunden altert das war ja damals kein weiß ich nicht war das CGI ich glaube nicht das war Stop Motion glaube ich oder wie haben die das gemacht das sah auf jeden Fall großartig aus damals und ja auch die auch die müsste ich mir echt mal auf Blu-ray langsam mal angucken die Indiana Jones Filme liegen auch noch irgendwo rum ich habe die in Blu-ray Qualität noch nicht gesehen ich habe die auf DVD gehabt zuletzt und da war das Problem die Abmischung von den DVDs die ich zuletzt hatte da war der Sound in den Action-Szenen scheiße weil immer wenn geschossen wurde mit einer Pistole oder mit einem Gewehr dann macht die das nicht oder dieses Knallen sondern so das fühlt sich auch wie Popcorn das hat gar nicht richtig geknallt total scheiße haben sie den Sound irgendwie abgemischt die Fassung die mein Vater hatte ich habe mir vor allem damals übernommen den Film so wir haben die erste halbe Stunde fast durch wir machen mal den nächsten Film hier Dragonheart ja also viele haben ein Problem die ich so kenne damit ja sprechende Drachen finde ich doof ja dann findest du ja auch Herderinge doof weil Smaug kann halt sprechen ja aber nee ich habe da kein Problem mit ich hatte da auch noch nie ein Problem mit weil schon Drachen in meiner Kindheit sprechen konnten nämlich sowas wie Elliot das Schmunzelmonster oder wie hieß der nochmal dieser dieser Furor von ähm unglaubliche Geschichte ist ja auch der Glückstrache ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt dass Drachen sprechen können ja so mein Problem was ich jetzt habe ist dann halt eher die Edition die ich habe weil da ist der Ton so dunkel da sprechen die alle ein bisschen dunkler als vorher ich frage mich manchmal bei so Produktionen von von Blu-Rays den Film gibt es auf DVD ihr sollt das Bild abscallen lasst doch einfach den Ton in Ruhe was ist denn euer Problem vor allem ist das nicht normalerweise so dass du eine Einstellung ändern musst damit der Ton dunkler wird ob du behindert bist habe ich dich gefragt ja was ist denn mit den Leuten los ich verstehe das nicht was ist denn mit Produktionsstudios los dass denen ein so dermaßen fataler Fehler passiert in der Produktion wird da nicht gegengeprüft wenn das wenn das das geabscalte äh Ding fertig ist kann man sich das vielleicht mal jemanden sich die Mühe machen sich das nochmal anzugucken bevor es in Produktion geht und dann zu sagen ja oder nee da müssen wir nur mal gucken ist das so schwer da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein dann das gibt es ja nicht nur bei Dragonheart das ist ja bei etlichen Filmen so weiß ich nicht aber ja der Film ich mag den sehr ich finde die Idee gut weil du hast hier halt einen König der fast stirbt um ihn und der ist ein arroganter Drecksbengel ja und trotzdem naja er ist halt der Thronfolger ja und also der ist nicht der König am Anfang ist er noch der Thronfolger so und um ihn zu retten damit es einen Thronfolger weiterhin gibt äh gibt ein Drache ihm sein halbes Herz so daraufhin stellt sich aber raus ja der ist halt ein Arsch der der Bengel und als er dann König ist und Macht hat zeigt er so ein wahres Gesicht und unterdrückt das Volk so und er ist da so ein so ein Ritter Krieger hier der meint dann ja der ist nur so scheiße drauf ne der bösartige König da jetzt ne weil er jetzt das Drachenherz in sich hat das ist das der Drachenteil des Herzes ist der ihn bösartig macht also aus Rache auch für mein Volk und so ja äh geh ich jetzt her und töte einfach alle Drachen weil wir wurden betrogen bis ich so lange bis ich den Drachen gefunden hab von dem er das halbe Herz trägt oder irgendwie so ja das einzige was ich doof von dem Film finde ist ja man sieht nichts davon du siehst den ganzen Film über nur diesen einen Drachen ja ich hätte in der ersten halben Stunde ein paar Szenen eingebaut wo er noch ein paar andere Drachen tötet es gab auch übrigens ne Figurenlinie damals dazu Actionfiguren und da gab es auch andere Drachen oder jedenfalls einen ich mein ich hab einen gesehen im Toys R Us damals noch Toys R Us hat damals in den Playstation 1 Abteilung gehabt deswegen sind wir da hin doch wieder mal rein ja wenn du schon drin bist verstellen dass du auch durch die Regale komm das lässt man sich nicht nehmen mal zu gucken was es denn so für Figuren und so gibt vor allem weil du mal jahrelang Figuren gesammelt hast ja und da sah ich dann so ne großen Pakete da war ne kleine Menschenfigur bei ne bewegliche und halt hier Draco also hier der Drachen aus Rangard oder so ein anderer der war so ein bisschen weißer irgendwie so ein bisschen oder grauer ich weiß das nicht mehr warum der hat ja gar nicht in dem Film mitgemacht siehst du ja gar nicht ja aber naja äh gut es gibt auch einige Fortsetzungen davon ich hab bisher also die die ich bisher gesehen hab waren gar nicht so scheiße weil man jetzt B-Movie Fantasy mag sind die tatsächlich etwas besser als das was man sonst zuzusehen kriegt auf Tele 5 sag ich mal ja also das ist schon in Ordnung das Franchise naja und das Ding ist halt erfindet er diesen also jetzt die Story von Dragonheart weiter erfindet diesen letzten Drachen das ist wirklich der letzte Drache dann ja und dann gehen die halt einen Pakt ein pass auf du lässt mich am Leben und ich helfe dir äh weiter deinen Unterhalt als Drachenjäger zu verdienen indem ich einfach immer spiele dass du mich tötest und das ist dann so das Ding was sie dann durchziehen wollen und dann nimmt er noch Rache an dem an dem bösartigen König und ja schöner Film ich mag den der ist noch gut gealtert finde ich da ist zwar auch CGI drin aber es ist ja passabel sag ich mal also ich ich hab kein Problem mit dem Film das einzige was ich hab ist ein Problem mit der Edition mit diesem dumpfen Ton aber naja äh ich müsste mir die DVD dann wohl zurückholen oder war das bei der DVD eigentlich auch so ich weiß das nicht mehr nächster Galaxy Quest der einzige Film mit Tim 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 wie heißt der denn eigentlich Tim Taylor dem Einwerker König äh ich komm nicht auf den Namen mit Schauspieler ist doch schaussegal äh den ich mag alle anderen Filme mit dem finde ich scheiße ich hab noch nicht einen Film mit dem Typen gesehen den ich mochte wo ich sag geiler Film den hol ich mir noch nie ach doch ich hab na doch ich hab einen da ist er dabei ja als einer von drei Hauptfiguren dieser Born to be Wild den mag ich aber eher wegen John Travolta und Kevin James ja ob ich jetzt da hier Tim Tim Allen Tim Allen ob ich Tim Allen dabei hab oder nicht wäre mir jetzt wäre mir jetzt dann aber naja da halte ich ihn aus alle anderen Filme die ich mit ihm bisher gesehen hab waren alle eine Enttäuschung diese ganzen Weihnachtsscheißdinger denn das wo er sich dann mit dem Typen da wegen dem Parkplatz boxen will oder was war das nochmal und ach diese ganzen anderen der weiß ich dann dieses Remake zu diesen französischen Filmen wo da dieser Junge aus dem Dschungel aus dem afrikanischen Dschungel in die Großstadt kommt und bei ihm dann unterkommt oder wo sie bei den Amis landen äh wie hieß das Ding nochmal irgendwas mit Millionen zur Hölle mit den Millionen oder so weiß ich nicht mehr ey 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 du klar warst doch nicht gar in DVDs rum ne spinnst du oder was da steckt die Handel in den Mund so ähm wo ist mein Faden verloren Galaxy Quest Story ist halt ja da ist halt eine Serie im Stil von also stellt euch vor Star Trek ja die Serie Star Trek läuft jetzt noch stellt euch das mal vor und äh das Signal der ausgestrahlten Episoden wird von von Aliens im Weltall aufgefangen die dann sehen oh da da die Erdlinge die haben ein Raumschiff und die reisen von Planet zu Planet die glauben das was da passiert und helfen irgendwelchen unterdrückten Rassen gegen feindliche Rassen die müssen das sind die richtige Helden die können wir gebrauchen damit die uns helfen gegen unsere Unterdrücker also landen sie auf der Erde und holen das Team ab ja das sind aber nur Schauspieler das wissen die halt nicht die Aliens weil die halt ein bisschen naja ok und dann geht's halt los ne dann werden die auf ein richtiges Raumschiff gebracht und zwar haben die das nachgebaut das Raumschiff aus der Serie also es wäre jetzt in unserer Realität dann die Enterprise da ist es jetzt halt dieses Schiff aus der Serie Galaxy Quest und jetzt müssen sie halt ihre Rollen wirklich ausfüllen und es ist großartig es ist einfach großartig Alan Rickman als Alien Pseudo Klingone oder was ja der überhaupt keinen Bock auf die ganze Scheiße hat spielt das grandios Sigourney Weaver ist gut in ihrer Rolle und ja Tim Allen macht seine Sache tatsächlich auch gut also ich finde ihn in der Rolle wirklich sympathisch da hat er mich wirklich überzeugt und abgeholt dann hast du ein paar Practical Effects ja du hast auch CGI Ungeheuer Kram ne auf dem Niveau von ich sag mal Men in Black also die Aliens die du in Men in Black siehst sind ja überwiegend auch CGI aber so in dem Stil ist auch da technisch die Qualität der Aliens aber du hast auch Practical hier diese Schurken hier der im Hintergrund hier zu sehen ist das sind richtig Masken und sehr gut sehr gut gemachte Masken ja und du hast ein bisschen Action und Abenteuer und ein schönes Finale ein kleines es macht echt Spaß das Ding ich mag den Serienfilm ich hab den noch hier ja so dann ja Körperfresser die die Invasion der Körperfresser mit ist das jetzt die Version mit Jeff Goldblum oder nicht kann ich das groß machen ja ich kann das groß machen Philipp Kauf ja Donald Sutherland Jeff Goldblum okay gut ist er jetzt zurückgegangen macht nix kann ich hier noch randomizen ne kann Back gehen ja ist egal wir machen gleich wieder randomizen Körperfresser da sag ich trotzdem was zu ich hab den ja auch erst vor einer Weile rewatched vor ein paar Monaten ich weiß nicht keine Ahnung was war das für ein Zusammenhang weiß ich gar nicht mehr aber der Film hat eine sehr geile Atmosphäre ist sehr geil gespielt und besetzt Jeff Goldblum Donald Sutherland und Leonard Nimoy spielen ja die Hauptrollen und diese diese bedrückende Stimmung kommt gut rüber ich hab auch das Original damals mal gesehen in diesem der fantastische Film war das glaube ich oder es war das das Horror Kabinett oder Grusel Kabinett oder wie ist das da Mumie und Monster Mutation ich weiß das nicht mehr wo genau der jetzt lief aber ich hab den auf jeden Fall im Fernsehen mal gesehen und ja der ist auch gut aber irgendwie fand ich immer das wie Make Besser ich weiß nicht wieso die Stimmung ist da einfach irgendwie und dann dieses diese dieses das wird ja mit zulaufender Zeit immer bedrückend aber immer mehr Menschen von diesen Kokon-artigen Pflanzen-Aliens kopiert und übernommen werden und immer mehr du kannst dir irgendwann keinem einzigen mehr trauen und so und der macht wahnsinnig das ist mega spannend das Ding finde ich für so einen alten Schinken und macht Spaß ja und dann das erschreckende Ende das weiß ich das fand ich damals erstmal ziemlich scheiße ich mochte das immer nicht das Ende weil damals war ich noch noch pingeliger mit Happy End oder nicht Happy End ich hab Filme gehasst die kein Happy End haben hab ich wirklich gehasst trotzdem konnte ich mich nicht erwehren und als ich dann VRS selbst gesammelt hab hab ich mir noch gekauft weil ich den Film einfach geil fand das war so einer der ersten wo ich drauf geschissen hab ja der hat halt ein böses Ende aber ja das wäre übrigens mal was vorsichtig gesagt aber in der heutigen Zeit ja ich sag's mal nicht zu laut ja das könnte man remaken aber dann auch ein bisschen erweitert oder als Serie und da müsste man wirklich zeigen dass sich ein Widerstand formt und wirklich gegen diese Aliens kämpft und zwar erfolgreich man braucht auch mal so ein bisschen so den positiven Aspekt dass ja das sieht man dann ja in dem zweiten Pseudo zweiten Teil Body Snatchers auf dieser Militärbasis ja da siehst du ja ein bisschen wie die Menschen zurückschlagen keines bisschen jedenfalls denn das in großem Stil ja oder man macht dann mehr Film mehr Teile draus erstmal dieses erschreckende ja im ersten Teil im zweiten dann wie er langsam sich einen Widerstand formt und im dritten Teil großes Finale die Menschen schlagen zurück würde ich mir tatsächlich angucken so als von mir aus auch als TV Film wenn es gut gemacht ist und ordentlich besetzt warum nicht das ist tatsächlich ein Ding was ich mir angucken würde nee lass mal noch einen neuen Ghostbusters und nicht vergessen wieder den Marshmallow Man und Slimer oder irgendeinen Pseudo Slimer mit reinbauen ne ach komm Tremors ja Gruß geht raus an Marvin ne dein Lieblingsfilm ähm war auch damals was ganz Neues vor allem das war noch ein Film soweit ich mich erinnere soweit ich mich erinnere kann aber jetzt auch falsch liegen war der Trailer sehr gut weil du halt die Würmer nicht siehst also du siehst nur die Zungen von den Würmern du siehst ja auch auf dem Cover hier auch das hier das ist kein Raketenwurm das ist nur eine Zunge eines Raketenwurms auch wenn die hier Zähne haben ich glaube da haben die glaube ich keine richtigen Zähne oder diese die haben ja noch einen Maul die drei Zungen pro Wurm das eigentliche Ding ist ja aber dieses kolossale Teil mit dem riesigen Schnabel ne und ähm wir haben ich weiß auf jeden Fall wir haben damals den Film gesehen und dachten halt das hier sind jetzt die Raketenwürmer und du siehst in dem Film erst nur diese Zungen immer aus der Erde kommen die greifen dann ja den Wagen halten sie ja fest und so ne komm mal so ein bisschen raus und dann siehst du ja erst dann später etwas später als das erste Mal halt einer wirklich wo du siehst wie einer von denen gefressen wird und runtergezogen wird dass da ein riesiges Vieh plötzlich hochkommt Alter was zur Hölle das war ein richtig und auch das auch das ist so ein Ding wenn du wenn du heutzutage einen Trailer sehen würdest moderner geschnitten von Tremors nach diesem Trailer der drei Minuten gehen würde mindestens zwei kennst du den Film du kennst alle Highlights du kennst alle besten Szenen du weißt wie die Viecher genau aussehen und alles und das ist halt scheiße das ist der einzige Aspekt den ich an diesem neuen Trailer zu Monster Summer gut finde wenn da wirklich ein spektakuläres beeindruckendes geil gemachtes gut getrickstes und vor allem sehr gut designtes Monster mitmacht Monster Summer mit einem Monster dann haben sie den Trailer in so weit gut gemacht dass sie verheimlichen wie das Ding aussieht sie teasern es aber auch nicht an du musst in einem Monster Film dann auch was hier jetzt beim Trailer damals von Chamos war es soweit ich mich erinnere dass du zumindest diese was du auf dem Cover hier siehst diese Zungen kurz siehst dass du siehst okay da ist wirklich ein Practical Wurm Monster Viech oder so ja irgendwann macht da mit da bei diesem Monster Summer siehst du gar nichts und das ist halt ja teasert mich nicht auf den Film an tut mir leid aber naja gut vor allem du weißt ja auch nicht wenn dann was mitmacht hält man sich an den 80er Stil und ist das was dann mitmacht Practical oder kriegen wir wieder ein CGI ungetümmt vorgesetzt das weißt du auch nicht wenn sie es angeteasert hätten wüsstest du das sieht man dann ja so ein bisschen naja gut so auf jeden Fall hast du hier halt zwei Gelegenheitsarbeiter Kevin Bacon und Fred Williamson die ich beide sehr gerne sehe vor allem Fred Williamson hat sich in meinem Herz gespielt mit Filmen wie Hexenjagd in LA vor allem aber mit Remo ja und die schlagen sich da in so einem kleinen Wüstenkaff mit Gelegenheitsjobs durch und dann tauchen plötzlich diese riesigen Würmer auf dann ist da noch eine Seismografin die da die da Erdbebenmessungen macht und die müssen sich dann zusammen tun und kämpfen einfach gegen diese Viecher und es geht nur ums Überleben ja aber ja geiler Film auf jeden Fall so dann komm oh mein Gott ja ja das ist halt eine Rohrkrepierer Nullnummer einfach die Rob Zombie Filme per se also da können wir gleich abfrühstücken da brauche ich doch gar nicht nochmal was zu sagen wenn jetzt nochmal ein anderer Rob Zombie Film kommen sollte Rob Zombie kann keine kann genauso gut Filme machen wie er Musik machen kann nämlich meiner Meinung nach überhaupt nicht echt ich kann mir seine Musik genauso wenig anhören wie ich mir seine Filme angucken kann ich habe auch alles wieder abgestoßen was ich von ihm hier hatte hier diese ganzen äh äh Devils Rejects Haus der tausend Leichen Scheißdinger und eben auch die Halloween Dinger und echt also ich mag ja schon das Original nicht ich meine ich verstehe den Status den das Original hat weil es war halt damals die Einleitung die offizielle des Slasher Films ne ja und deswegen musst du den jetzt geil finden weil damit hat ja alles angefangen habt ihr auch alle den ersten Porno aller Zeiten zu Hause damit hat es ja angefangen das ist ja ein Meisterwerk ne es hat eine behinderte Aussage tut mir leid aber ja und ich bin 1000% der Meinung die gleich der gleichen Meinung zu der äh äh was Kaffee mit Sashi äh auch auf seinem Kanal mal gesagt hat nicht bezüglich der Qualität der ersten beiden Filme ich mag die auch nicht es tut mir leid ich finde die sterbenslangweilig da rettet auch die Atmosphäre für mich nichts es tut mir leid tut mir leid ja aber ich bin seiner Meinung der beste Halloween Film ist Teil 3 und die hätten das weitermachen sollen an Halloween ein neuer Horrorfilm der so ist wie bei Bond jedes Mal wenn ein neuer Bond kam damals dann war das Peak Action das was aktuell action-technisch gefragt und am machbarsten war wurde reingeballert in die neuen Bond Filme das war damals so äh der Qualitätsanspruch sag ich jetzt mal ja so und das hätten sie im Horrorbereich machen müssen der big budgetierteste also hoch teuerste teuerste Horrorfilm des Jahres kommt unter der Reihe unter dem Banner Halloween und dann halt eben Season of the Witch war ja dann der zweite ja nach den ersten beiden also ja also der nächste Film mit einem anderen Thema und das hätten sie immer so weitermachen müssen immer so weiter das das wäre heute wahrscheinlich ne noch kultiger irgendwann war Halloween einfach nur noch also das Michael Myers Halloween einfach nur noch tot keiner wollte das mehr sehen ich mein gut es gibt natürlich diese Hardcore Fans ne ich bin Filmfan ich stell mir alle Teile einer Filmreihe hin egal wie scheiße sie sind da bin ich mittlerweile ja auch raus aber ja nächstes Thema ähm Conan Alter was für ein Sprung einer der Filme die ich mit am überbewertetsten aller Zeiten finde Halloween ja zu äh mein Lieblingsfilm das ist halt mein Evergreen Lieblingsfilm ich kann diesen Film immer wieder gucken er wird mir nicht langweilig ich bin mit Conan aufgewachsen mit diesem Film und auch mit dem zweiten Teil und Red Sonja obwohl es ja es ist ja Kalidor ja natürlich ist es Kalidor Prinz Kalidor nein ist klar ja er ist halt Conan tut mir leid ja aber naja und ähm äh ich hab dann auch die ähm damals versucht versucht die Zeichentrickserie zu gucken wir hatten damals mal bei uns in der in dem in dem Mietklotz in dem wir gewohnt haben in einem Hochhaus in der Eckernförde einen Typen irgendeiner ich weiß nicht wir wissen bis heute auch haben nie rausgefunden wer das gemacht hat der hat einfach oben äh ist einfach aufs Dach gegangen das war ja diese Hochhausklötze haben ja Flachdach ne und ist da zur Hauptantenne zur Hauptfernsehantenne und hat da einfach eine Satellitengüssel angeklemmt und prompt konnten wir alle plötzlich weiß ich nicht 60, 70 Kanäle empfangen und die ganzen amerikanischen englischen und so weiter da hab ich Zeichentricks Sachen gesehen von denen ich noch nie zuvor gehört habe ja ohne Scheiß das war faszinierend und da hatten wir dann auch kurzzeitig RTL und ProSieben und so alles ne bis es dann offiziell 5 Kanäle gab und ich nur noch 3 da hatten wir halt RTL und Sat.1 wenigstens noch ja mehr hatten wir nicht wir hatten damals auch keinen ProSieben kein Tele5 aber ja aber naja irgendwann kam dann halt irgendwie jemand irgendein Spacken ist das dann aufgefallen natürlich ja uh warum kommen da die ganzen Kanäle plötzlich warum auch immer ja das geht ja nicht da muss ich jetzt natürlich anschwärzen und die Leute haben dann nichts besseres zu tun als anzurufen beim Technik bei der Mietgesellschaft ja hier hat jemand oben an die Antenne was angebaut dass wir jetzt noch mehr Fernsehsender sehen können das möchte ich nicht so richtig so nach dem Motto ich möchte nicht dass die anderen Spaß haben ich möchte denen jetzt den Spaß verderben die sollen jetzt alle nur noch 3 Sender gucken hahaha eure englischen Sender nehme ich euch jetzt weg ja so und da habe ich das mal irgendwann lief da mal eine Folge Conan und daher weiß ich dass es eine Seindrickserie davon gibt die war halt aber englisch lief dann wahrscheinlich auch irgendwann offiziell auf irgendeinem anderen Programm das dem wir dann irgendwie nicht keine Ahnung ich habe das nie in Deutsch gesehen diese Zeichnisserie aber naja ja und ich habe dann als es dann als ich dann anfing auch mal was zu lesen also richtig Roman mäßig vorher gab es für mich nur Comics ja höchstens sowas wie was ist was oder so natürlich auch noch aber ja als ich dann anfing Bücher zu lesen und diese Heftromane erstmal dieses Dämonenland und wie das alles so heißt ja habe ich mir auch Bücher mal geholt und zwar Conan also wirklich eins der ersten Bücher die ich mir jemals gekauft habe in Buchform tatsächlich als voll dickes Buch war Conan eins der Conan Bände ne und ich habe dann auch vorher gehabt die zusammen und ich hatte glaube ich ich hatte bestimmt 30, 40 Stück davon gelesen habe ich davon vielleicht ja ich weiß es nicht mehr genau ungefähr 10 vor allem immer die Bände die aus Kurzgeschichten bestehen weil du halt ja gemütlich abends mal eine Geschichte die in sich abgeschlossen ist lesen kannst das fand ich immer sehr angenehm ja und ja dann war es um mich praktisch geschehen ich bin ein riesen Conan Fan aber ich habe mir den Soundtrack geholt ich habe dann versucht Figuren dazu zu finden aber nie wirklich gefunden in den Läden halt die wir hier so hatten alles noch vor im Internet ne aber ja weiß ich nicht ich finde diesen Film auch einfach hart unterbewertet viele meinen immer ja Arnold Schwarzenegger ist halt ein muskelbepackter Dummi der da jetzt irgendwie in der Welt rumlaufen mit seinem Schwert alles kaputt schlägt wow toller Film ne da ist so viel mehr in diesem Film diese ganze Heldenreise die Conan durchmacht die Charakterentwicklung der Figuren auch ja Conan verliert ja auch mal er stirbt ja sogar fast ja er hat auch Verluste seine Liebste stirbt es geht um Rache es geht um ähm gut gegen Böse in klassischster Form es geht auch um die Aussage äh was ist besser ähm der Verstand oder die Faust was siegt am Ende und wie auf welche Weise was ist dann am Ende effektiver ja es geht um die Zerschlagung eines Kultes im Grunde genommen von Fanatisten wenn man es so will ach da ist so viel dahinter das ist einfach weiß ich nicht aber naja ist auch nur meine persönliche Meinung ähm dann James Earl Jones den ich ja vorher nur als Stimme von Darth Vader kannte und natürlich die eine oder andere Rolle wo er einem am Rande so auffällt ne aber so in Hauptrollen könnte ich jetzt grad spontan jedenfalls nix sagen was mich da als Jugendlicher oder als Kind in der Schulzeit abgeholt hat aber hier Tulsa Doom war für mich immer einer der besten Filmschurken aller Zeiten einfach großartig aber naja so weiter Leatherface das ist der dritte ne Texas Chainsaw ja der dritte das ist dann der mit Viggo Mortensen richtig ja ich weiß gar nicht ob ich die ich meine ich hab neulich auch gesehen ich hab sogar die Texas Chainsaw einige Texas Chainsaw muss da gerne noch Filme noch in der Sammlung die muss ich eigentlich auch mal rausnehmen weil ich guck mir die nie wieder an ich hab aber irgendwie vorgehabt mal die einmal noch alle jedenfalls die die ich habe alle nochmal zu sichten denn es sind auch ein paar Sachen dabei die ich halt nicht wirklich kenne also neuere ne aber ja man liest halt drüber und dann ich weiß es noch nicht aber ja das ist genau wie mit Freitag 13 ich kann da nicht viel mit anfangen es gab ne Zeit da war ich so in nem kleinen Slasher Hype da mochte ich die Dinger und hab mir die deswegen auch geholt vor allem Freitag der 13 war da immer mein Favorit ich mochte halt immer schon Jason Voorhees also den Charakter halt ne diesen Determinator unter den Slasher Killern einfach ist ja im Grunde so ja er sagt kein einziges Wort er ist irgendwie unkaputtbar steht immer wieder das ultimative Stehaufmännchen einfach ja und selbst wenn du wenn du in die Luft sprengst ja dann bleibt halt einzelne Organe am Leben und wird dann zu einem dämonischen Wurm der von Körper zu Körper springt ich mag das und am Ende landet er sogar im Weltall ja viele sagen ja oh das geht nachher so das wird nachher alles so bescheuert ja was wolltet ihr dann sehen immer wieder Camp Crystal Lake ne Gruppe dummer Teens die dann A bis Z durchgeschlachtet werden Ende jedes Mal 20 Filme lang nein die haben auch mal was Neues versucht genau das weiß ich aber auch dann zu schätzen das ist Blödsinn oh Gott ey aber Freddy Krüger geil finden wo komplett jedes Mal ganz andere Kills und Situationen aufgebracht werden ja aber naja komm weiter wir machen jetzt noch 10 Minuten knapp Vampires Assistant achso Cirque du Freak hier ähm ist das hier nicht äh Parnassos oder ach weiß ich nicht mehr ich hab keine Erinnerung an den Film ich besitze den noch nicht ich hab den aber glaube ich gesehen weiter äh weiter The Host ach das ist das mit das ist dieser Koreanische das ist ein komisches Cover aber ja es ist ja dieses Loch wo dieses Monster seine Opfer versteckt da ne ja auch ein großartiger Film und ähm also erstmal es ist ein Asia Horror Film mit ungewöhnlichen Hauptfiguren nämlich mit so einer ganz normalen Familie von denen der Vater auch so ein bisschen geistig zurückgeblieben zu sein scheint ne oder ist ja und äh die wohnen halt in ärmlichen Verhältnissen in Küstennähe und da ist dann ein Chemiekonzern und die entsorgen da irgendwie ihre Substanzen einfach in in ist das die Küste von einem Fluss oder vom Meer ich hab das gar nicht mehr so auf dem Settel auf jeden Fall in dem Gewässer entsorgen sie das und dann bildet sich da halt irgendeine Kreatur die dann irgendwann 5 Meter groß aus dem Wasser steigt total bizarr das Monster und großartig getrickst für äh CGI-Effekte also das sind wirklich CGI-Effekte wie du sie in manchen Horrorfilmen äh Horrorfilmen manchem Hollywood-Horrorfilm auch mal wünschen würdest finde ich vor allem auch das Design der Kreatur selbst ja und dieses Vieh fängt jetzt an irgendwie Leute zu schnappen und irgendwie in seine Höhle zu bringen damit sie dann so ein Vorratslager lebt sich das Monster so ein bisschen an ja und dann schnappen sie sich auch dann den Sohn von dieser Familie die jetzt dann ihren Sohn wiederholen wollen ne mit einem super dramatischen und bitteren Ende großartiger Film auch eine geile Atmosphäre und Stimmung es ist auch wirklich ein bisschen unheimlich wenn dieses Monster kommt weil die haben das irgendwie so geschafft das bildlich filmisch einzufangen dass sich das anfühlt als wäre das jetzt echt also ja echt nicht aber als wärst du jetzt dabei diese Situation dass plötzlich dieses Ding da auftaucht out of nowhere das weiß ich nicht es hat so eine ganz eigene Stimmung und Atmosphäre in dem Film finde ich und die muss ich echt mal wieder angucken ich hab den auf DVD hier gibt's den eigentlich inzwischen auf Blu-ray ich weiß das nicht ich hab auf jeden Fall mal gesehen auf YouTube kann man das auch glaube ich immer noch gucken das war mal ein zweiter Teil geplant wo dann mehrere von diesen Viechern mitmachen siehst du es gibt da so eine Tricksequenz wie so ein Lastwagen von diesen Viechern der ist auf voller Fahrt und der wird von diesen Viechern angegriffen der Lastwagen das war aber so eine Art Postproduktion äh Präproduktionssequenz so ein Teaser um damit irgendwelche Studios dafür zu begeistern lass uns mal eine Fortsetzung machen hier haben wir eine Szene die haben wir schon fertiggestellt das Budget hatten wir wir wollen den ganzen Film darum spinnen dass diese Viecher wieder auftauchen diesmal sind es mehrere aber offenbar hat niemals ein Studio das in die Hand genommen es ist nie entstanden da eine Fortsetzung so zu machen finde ich aber auch wieder ganz gut auf diese Weise wird der Film für sich beendet und gut ist auch okay aber ich hätte mir davon tatsächlich eine Fortsetzung angeguckt wenn sie rausgekommen wäre so weiter King Arthur ja mag ich sehr ich bin großer Fan von Clive Owen und ich finde ihn gut als König Arthur hier geht man dann ja auch mit diesem Römer Aspekt noch dazu und man versucht das halt hier möglichst realistisch sag ich jetzt mal umzusetzen das Thema da ist jetzt soweit ich mich erinnere gibt es jetzt hier keine Drachen und auch der Magier Merlin ist hier eher so eine Art Waldschamane und taucht auch nur relativ kurz auf müsste ich mir eigentlich wieder angucken und die kämpfen dann ja gegen die Sachsen die kämpfen glaube ich gegen die Sachsen ne und da macht dann ja Til Schweiger mit der spielt ja den Sohn des Anführers also Til Schweiger ist genau wie bei Replacement Killers wieder mal nur da um grimmig zu gucken und zu sterben ist doch schön also ja ich mag den wirklich ich habe den lange nicht geguckt den haben wir wirklich lange nicht geguckt müsste man sich echt mal wiedergeben wie der gealtert ist ich habe den ja hier also ich müsste wirklich mal so ein paar Sachen rauspicken und einfach mal wieder ja gut so jetzt sind wir hier bei 55 Minuten ich beende das jetzt hier für heute ihr könnt mir in die Kommentare schreiben ob ich das hier noch ein paar mal machen soll dann mache ich es mal länger als eine Stunde von mir aus wenn ich mal wieder Zeit habe und Luft habe und sage oh das ist langweilig ey auf YouTube läuft nur Scheiße du hast jetzt aber frei und dann irgendwie so komm mach Kamera an und dann random randomizen wir wir können auch das Gegenteil dazu machen ich zeige euch was zum Abschluss ähm kann ich das hier refreshen und dann sind alle alle ja gut wir lassen alle aus außer das Subgenre da kann man nämlich auswählen LGBTQ plus und dann machen wir randomize kenn ich nicht kenn ich nicht kenn ich nicht okay okay ah Birdcatch hab ich zumindest von gehört der ist der ist LGBTQ plus der Film okay wollte ich mir nie angucken der Trailer hat mir schon gereicht ja kenn ich nicht jetzt nochmal der gibt nicht viele was Pride wow Beauty nochmal Pride es gibt wahrscheinlich nicht viele Bros mhm okay kenn ich alles nicht also ich würde sagen ich hab bisher wo alles richtig gemacht die ganzen Filme hier kenn ich eigentlich die wiederholen sich auch relativ schnell ich hab nur einen Filter angemacht es gibt irgendwie nur eine Handvoll Filme hier die dann queer oder 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 divers sind ja also da kann ich jetzt kein ganzes Video zu machen das ist Blödsinn was ich jetzt nochmal machen kann ist komm wir machen jetzt mal Action meine meine Standardgenre Horror äh nee warte Fantasy und Science Fiction vielleicht noch Thriller und geben dann geben dann randomize ein da kommt nix hahaha versteh ich nicht wo ist Star Wars hier äh die Disney Trinologie okay okay ich hör schon auf so ja das dazu ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen ich hoffe euch hat das Ganze hier ein bisschen Spaß gemacht ich dachte mir nachdem ich jetzt wirklich so ein bisschen inaktiv war in letzter Zeit äh durch die Sache mit dem Hund dass ich mich jetzt hier viel mit dem beschäftigt hab lief vielleicht mal wieder ein kleines Video wo ich einfach ein bisschen Quatsch über filme kann man immer machen ne ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder was immer das dann noch sein wird meine Süße hat jetzt erstmal Urlaub und mal gucken was wir da so machen vielleicht nehme ich auch mal die Kamera ein bisschen mit was es auf jeden Fall geben wird ähm hoffe ich also erstmal wird es am Wochenende wenn ich das schaffe am Wochenende sonst Anfang nächster Woche gibt es ein Verkaufsvideo und Ende nächster Woche Samstag in einer Woche ist geplant jedenfalls ist es geplant dass wir ähm ja wir haben hier über Land ich vergesse immer wie der Ort heißt ich war da schon mal ich hab da schon mal ein Update von gemacht da gibt es so ein so ein An- und Verkauf CD-Laden da fahren wir hin also ich treffe mich dann wieder mit Thomas wenn ich mich einmal im Jahr treffe und dann fahren wir halt zusammen zu diesem CD-Laden und kaufen uns für günstig Geld wir kosten da irgendwie 1 bis 5 Euro die CDs und vor allem hinten im 1-Euro-Bereich da werde ich dann bleiben und stöbern und gucken was ich und dann mach ich ein kleines Update das kommt dann vielleicht auch aber ja hängt natürlich davon ab ob ich überhaupt Geld dafür hab meine Süße sagt ja immer ja ich kann dir ja was vorschießen ja dann mach ich mir hier eine Liste wo ich dann die Miesen raufschreibe die ich bei meiner Frau habe fühlt sich nicht geil an sag ich auch wie es ist aber naja vielleicht bringt das Verkaufsvideo her was wenn ich jetzt dieses Mal dieses Mal war ja Junge ey aber ja keiner will mehr physisches Medium ihr streamt ja jetzt nur noch alle ne ach ja das möchte ich abschließend auf jeden Fall noch sagen das damit beende ich jetzt das Video mit diesem Pass auf immer wieder immer wieder höre ich den Spruch ja Streaming ist ja besser weil das physische Medium ja man kann sich die Filme kaufen oder ins Regal stellen da hat man da ja immer drauf Zugriff aber nach 20 Jahren 15 bis 20 Jahren ja dann zerfällt der ja dann machst du die DVD-Hülle aus und es ist nur Staub drin ne oder du fährst die Scheibe an huh ja so stellen sich die Leute das glaube ich vor ja und das ist das das ist das Gegenargument gegen Streaming ja ihr könnt mal ja mal aufrechnen wie viel ihr bezahlt habt in diesen 15 Jahren um denselben Film mehrmals zu schauen zum Punkt 1 und zum anderen ja dann ist der Film halt kaputt dann hole ich mir davon ne neue Auflage das kostet mich beim alten Film 5 bis 15 Euro einmal und ich hab wieder 15 bis 20 Jahre gut davon und jetzt kommst du in diesem Sinne ich wünsche euch ein schönes Wochenende schon mal falls wir uns nicht mehr wiedersehen und bis zum nächsten Mal wie immer Farewell und bis zum nächsten Mal mit dem